Kalimera-Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben die letzten Wochen und Monate sehr viele Anfragen bekommen bezüglich das Auto aus Deutschland mitnehmen und hier auf Kreta oder Griechenland das Auto umzumelden. Vorab, wir können nur aus unserer Erfahrung sprechen oder wie es bei uns gelaufen ist. Ob es sich dann für dich persönlich rentiert, das kann ich von hier aus leider nicht beurteilen. Aber ich möchte mal beginnen. Wir haben unser Auto aus Österreich mitgenommen und hier auf Kreta haben wir das Ganze auf griechisches Kennzeichen umgemeldet. Es war ein längerer Prozess. Wir waren schon einige Monate hier und du kannst mit einem ausländischen Kennzeichen, kannst du sechs Monate hierbleiben und dann musst du wieder für sechs Monate das Land verlassen. Es gibt natürlich auch, wenn du sagst, okay, ich bin sechs Monate hier, sechs Monate Deutschland oder Österreich, dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Du kannst das Auto auch länger hier lassen und zwar funktioniert das so, du fährst, wenn du das Land wieder verlässt, ohne Auto, fährst du zum Zoll und dort wird das Auto so quasi in der Zeit, wo du nicht da bist, versiegelt. Also diese Möglichkeit würde es natürlich auch geben. Noch zu den Kosten. Wir haben einen Mazda CX-3 mit 2 Liter Motor mit 120 PS und ist das Baujahr 2018. Und im Endeffekt haben wir alles in allem mit Zoll, mit TÜV, mit Anmeldung drumherum 1.375 Euro bezahlt und dann haben wir jetzt das griechische Kennzeichen. Es ist natürlich ein gewisser Prozess dahinter und natürlich die einen oder anderen Fallstricke können schon auftreten, wenn man diese nicht beachtet. Also was ist jetzt wichtig für das Importieren eines Autos? Und in erster Linie, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dein Auto aus Deutschland mitnehmen kannst, hier nach Griechenland oder nach Kreta. Und zwar, du kannst, wenn du einen Umzug planst, in Deutschland oder Österreich das Auto deklarieren als Umzugsgut. Das sind dann im Grunde nur ein wenige hunderte Euro fällig. Das wäre die billigste Variante. Du bekommst dann ein eigenes Kennzeichen, das ist weiß-rot und hast natürlich steuerliche Vorteile dadurch und darum ist es auch billiger. Oder du kommst einfach mit dem Auto hier nach Kreta und innerhalb von sechs Monaten solltest du dein Auto dann über Pireus das Auto dem Zoll übergeben bzw. checken lassen. Du brauchst alle Papiere, die Autopapiere, du brauchst Zulassung, dein Kennzeichen, was du in Deutschland, Österreich hast. Bei uns hat es gedauert zwei Tage und dort wird kontrolliert die Seriennummer, Fahrgestellnummer, Motornummer, also alles Mögliche muss man da nachweisen und du bekommst so fünf Seiten eine Bestätigung dann für die Autoanmeldung. Wenn du dann diese Zollbestätigung in Händen hältst, dann der nächste Schritt, du musst auf jeden Fall vorher, also vor dem Anmeldevorgang zum TÜV fahren. Der TÜV ist hier in Retimno und da ist es ganz, ganz wichtig, dass deine Blankette auf jeden Fall in Deutschland noch nicht abgelaufen ist. Sollte diese abgelaufen sein, bekommst du darauf in Griechenland keinen TÜV und kannst das Auto auch nicht ummelden. Das heißt, in diesem Falle müsstest du wieder nach Deutschland zurück, den TÜV in Deutschland oder Österreich nachholen und den TÜV hier dann auf Kreta machen. Also abgelaufene Blanketten gehen schon mal überhaupt nicht. Und wenn du dann den TÜV hast, dann hast du die Möglichkeit, bei uns war es in Kanja, weil wir im Bezirk Kanja wohnen und dort muss ich sagen, wird natürlich auch diese TÜV-Bescheinigung aus Deutschland oder Österreich sehr stark kontrolliert, kann man sagen. Also bei uns war das so, der hat uns fünfmal den Zettel hingehalten. So schaut es aus, der TÜV in Österreich und natürlich haben wir dann die Bestätigung gehabt vom TÜV hier auf Kreta. Wenn du dann alles zusammen hast, dann bekommst du die Anmeldung bzw. das neue griechische Kennzeichen. Aber eines muss ich schon vorab sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Abmelden in Deutschland funktioniert. Vielleicht könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie das Abmelden eines Kfz in Deutschland funktioniert. Ich glaube, ihr könnt schon sogar das online abmelden. Also in Österreich geht es nicht online. Und bei mir war der Fallstrick jetzt, wenn du das Auto hier anmeldest, es werden alle Fahrzeugpapiere, die Zulassung, weil das Auto noch in Österreich zugelassen ist, wird vom Amt eingezogen. Also du hast keine Möglichkeit, du hast eigentlich bis auf die grüne Karte, du hast eigentlich nur mehr diese grüne Karte, also den Zulassungsschein und sonst keinerlei Papiere mehr. Und das hat uns natürlich ein wenig Probleme bereitet beim Abmelden unseres Kfz in Österreich. Also in Österreich ist es so, du hast den Typenschein, also die Fahrzeugpapiere, den europäischen Fahrzeugschein und du hast die Zulassung und die ist in zwei Teile. Und du musst beides bei der Abmeldung mitbringen. Jetzt hatten wir das Problem, wir haben keine Papiere, wir haben nur die Nummernschilder. Und ich habe dann in Österreich angerufen und habe gesagt, ja, wie kann ich mein Kfz abmelden? Ja, da müssen sie jemanden schicken mit einer Vollmacht. Ich sage, ich kann das nicht online machen. Nein, das geht nicht. Und natürlich die ganzen Fahrzeugpapiere, Zulassungsschein mitbringen. Jetzt habe ich denen dort erklärt, ich habe es nicht mehr. Das hat mir der griechische Staat oder die Meldestelle abgenommen. Und ich habe nur mehr die Kennzeichen. Und ja, es ist dann irgendwie gegangen. Ich habe dann meinen Sohn, habe ich eine Vollmacht ausgestellt, dass er das Auto in meinen Namen abmelden kann. Ich habe ihm die Kennzeichen geschickt. Ich habe ihm auch eine Kopie meines neuen Zulassungsscheines geschickt. Und dann hat es eigentlich anstandslos funktioniert. Aber wie gesagt, ich kann das nur von Österreich sagen, wie das jetzt genau in Deutschland funktioniert. Ich hoffe, irgendjemand schreibt das unten in die Kommentare hinein. Es ist natürlich so, ob sich das jetzt rentiert, also bei uns war es nicht so billig. Man hat aber immer wieder von Leuten gehört, die das Auto ummelden wollten und haben dann, also die Preise für die Ummeldung variieren von wenigen hundert Euro bis zigtausende Euro. Ich glaube, das Teuerste war auch tausend Euro. Da muss man aber dazu sagen, dass es in Griechenland, speziell auch hier auf Kreta, nicht einfach ist, einfach ein Auto zu kaufen. Ich meine, es ist schon einfach. Aber du kannst jetzt nicht ein x-beliebiges Auto kaufen, denn zum Beispiel die schönen Pickups, also mir gefallen ja persönlich die Pickups ja wirklich sehr, sehr gut. Nur, die kann man nur kaufen und anmelden, wenn man einen Nachweis hat, dass man einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Also hast du Olivenfeld, hast du Schafe, dann kannst du dir einen Pickup nehmen, wobei die Steuer und das Ganze rundherum natürlich sehr, sehr billig ist, wenn man es als Gewerbetreibender anmeldet. Genauso funktioniert das auch mit diesen Kastenwegen. Also in Österreich kann ich mal einen Kastenwagen kaufen, kann den aus Wohnmobil umbauen, ist alles kein Problem. Nur hier auf Kreta, ich kann mir nicht einmal einen Kastenwagen kaufen, also ohne, dass ich ein Gewerbe im Hintergrund habe. Und solche kleinen Fallstricke, die können dann schon passieren, wenn du irgendwelche Wünsche an das neue Auto hast. Also einen Siebensitzer kann man natürlich schon anmelden, der rundherum Fenster hat, aber die typischen Kastenwegen, die geht nur mit einer, wenn du ein Gewerbe hast. Der Weiteres, es kommt auch darauf an, in welcher Klasse dein Auto ist. Also es gibt immer dieses Euro mit den Abgasnormwerte und unser Auto ist Euro 6. Und deshalb haben wir nur 1300 Euro bezahlt. Es gibt, glaube ich, schon Euro 7, falls ich mich nicht irre. Und alles, was unter Euro 4 ist, wird massiv teurer. Noch dazu kommt es auf die Motorleistung drauf an. Also wie viel Kubik hat der Motor? Also ich sage mal, ein BMW mit 3 Liter aufwärts, 180 oder 200 PS, wird natürlich sehr, sehr teuer sein, weil da kommt noch dazu eine gewisse Luxussteuer, die man dann jährlich bezahlen muss. Und wir bezahlen an Kfz-Steuer 165 Euro einmal im Jahr. Und es gibt aber bei den Motor stärkeren Autos natürlich, es kann bis zu 1000 Euro die Steuer betragen. Ob sie das dann für euch rentiert, das müsst ihr eigentlich ihr selber entscheiden. Wenn du dir hier ein Neuauto zulegen möchtest, also ich habe mir einige Sachen angeschaut, also die Neupreise der Autos sind ungefähr so ähnlich wie in Deutschland und Österreich. Aber die Gebrauchtwagen sind hier wesentlich teurer. Also du kriegst natürlich in jeder Preisklasse kriegst du Autos, nur die Gebrauchtwagenpreise an sich sind hier, ich sage mal, um ein Drittel teurer als wir in Deutschland und in Österreich. Also insofern würde es wieder Sinn machen, sehr gebrauchtes Auto in Deutschland kaufen. Aber wie gesagt, wenn es nicht Euro 4 ist, sondern darunter, dann wird es unterm Strich wahrscheinlich viel, viel teurer werden. Also Freunde, das Thema von ja, soll ich mein Auto mitnehmen? Würde ich sagen, ob es dir wert ist oder nicht, du kannst dir das Auto in Deutschland verkaufen im Vorfeld. Bei uns wäre es halt blöd geworden, weil wir waren schon 6 Monate da und ich hätte extra für den Verkauf nach Österreich fahren müssen. Also es wäre mir auf jeden Fall teurer gekommen. Aber im Endeffekt bleibt das jedem selbst überlassen, ob er das Auto mitnimmt oder sich einfach ein Auto hier vor Ort kauft. Also es ist alles möglich. Ich sage mal, wenn es ein zu altes Auto ist, verkauft es in Deutschland, Österreich und kauft euch dann hier auf der Insel. da habt ihr weniger, ich sage mal, das mit dem Zoll erspart man sich und die ganzen Abgaben. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Infos geben über das Thema Auto mitnehmen aus Deutschland oder nicht. Wie gesagt, im Endeffekt müsst ihr das für euch selbst entscheiden. Wie gesagt, unsere Ummeldung ist auch schon jetzt eineinhalb Jahre her und es kann sich natürlich diesbezüglich auch schon einiges wieder verändert haben. Also Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.